1, 2, super! Ja, was heißt aufmerzen? Stell dir mal vor, wir beide zusammen, du und ich, genau, hätten einen Auftritt im Zack mit Miki Krause und das Ganze wird heißen Outrage Wiesen Featuring Miki Krause. Das ist ja eine Riesenkarte, da würden wir richtig feiern. Na, seid ihr hier die Aus-Ban-DJs oder die Outrage-DJs? Ihr tickt da wohl nicht frisch. Vor allen Dingen, was macht ihr auf meinem Sofa? Ist doch mein Sofa, oder? Wir waren doch gerade noch mit Schuppen und hatten Maas. Ja, ist ja mein Schuppen hier, oder? Aber ihr seid doch die Outrage-DJs, oder? Ja. Ich kenne euch doch irgendwoher. Ja, du bist doch von Newborn, oder? Nee. Egal. Woher kenne ich euch? Ach, aus dem Zack, aus dem... Ja, Zack-Ösen. Daher kenne ich mich. Ja, genau. Du bist auch hier der Miki Krause, Malotze, oder nicht? Ja, ich bin der, man sagt auch, der Wendler der Herzen. Aber für euch bin ich natürlich Miki Krause. Das ist schön. Ja. Was ist das? Ich komme mal auf dem Oktoberfest. Oktoberfest? Ja, wenn es gut bezahlt wird, bin ich da. Ja, wo muss ich hin? Ja, ich würde sagen, dann kommst du direkt zu unserer Hause ins Zack in Ösen. Und dann machen wir eine schöne Outrage-Wiesen featuring Miki Krause. Outrage-Wiesen, Zack-Ösen, Outrage-DJs featuring Miki Krause, Ösen. Also ich habe ehrlich gesagt fast keine Zeit mehr, aber am 30.09. hätte ich noch Zeit. Ja? Ja, das klingt doch gut. Ja, das wäre super. Also, machen wir einfach fest, 30.09. Jo. Jo. Outrage-DJs featuring Miki Krause im Zack. Ösen, wir sehen uns. Jo. Jo, das wird super. Hier ist Miki Krause. Schatzi, schenkt mir ein Foto. Ich bin mir ein Foto. Ich bin mir ein Foto. Ich bin mir ein Foto.